ein bisschen mit der temperatur hoch damit wenn wir den es kaffee auch machen diese 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 unterschied temperatur nach oben kann dazu dienen dass die brücke aufgewärmt wird und mit bestimmten sorten klappt auch das bei den es kaffee trinkbar ist allerdings ist wie gesagt der ab den zweiten espresso der kaffee oder mit zu schon etwas sehr sehr angenehm denn essen kaffee würde ich für wahrscheinlich cappuccino so nutzen oder wahrscheinlich es gibt auch ein trick bei dem gerät man kann das gerät sagen wir so eine vorgemahlen kaffee vor spiel damit das wasser durch den körper durchläuft und für den software sie haben schon einen ersten kaffee gekocht das heißt wir nicht denn es die erste temperatur nach oben schießen wir dann den zweiten an den zweiten kaffee an den zweiter zyklus des der 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 brücke gruppe die normale temperatur gesteuert das heißt zwischen 88 und maximal 92 war das nicht 95 korrigieren ich okay indem wir das in die stellung der kaffee gepresst werden ja man sieht das gepresst wird ja geht nach oben da mit dem finger simuliere ich wird gepresst und wird den kuchen dem gepresst wird wird das wasser ihr erstmal geschossen hier in dieser kamera man sieht hier und man hat erst mal eine vorbrühen pre infusion das heißt das wasser wird geschossen und dann werden angefeucht die suchen nach ein paar sekunden wird das den kaffee sozusagen freigegeben das heißt das wasser durch das dass das ventil ja leuchtend durch und ich gleich erkläre später wie funktioniert läuft ihn durch durch den kaffee von unten nach oben in diesem modell von drückgruppe trifft ein ventilier daher muss er erstmal den druck ihr diese widerstand gewinnen und das verursacht dass ihr extra zu besonders gut ist und dann läuft durch diese ohren durch und um zu landen an unserer sbs system ja das ist im grunde genommen so und dann läuft den kaffee durch und man kann das nutzen dafür deutsche die wollen große pot haben nur das verwenden oder wenn sie auch das anschließen man kann natürlich espresso und das ist verstellbar das ding sie haben ja das war wirklich zeigt hat an alles gedacht ja und man kann auch das raus zauber machen wenn man will wer schön wenn zauber gemacht werden würde zauber ist immer eine schöne sache jetzt bauen wir das sbs system und dann sind wir in dem den kaffee fertig ist und dann die platine sagt okay denn die das wasser ist die menge an kaffee wurde gekocht deswegen die turbine diese flowmeter vermittelt das an die oft gehirn nach und dann der abgehen sagt okay ist zeit dass die gruppe zu zurückzusetzen und sauber zu machen das heißt dass der motor dreht in eine andere richtung wir gucken kommt hier raus und werden auch wenn eventuell etwas kleben würde sie dir wir haben diese feder hier gebaut oder diese metallstücke die eigentlich eigentlich dient dazu dass diese teile gesäubert werden ja ich finde das genau und ihr diese kleine spaktel die wir am anfang angebaut haben dient dazu dass er auch eventuell rückstände ihr sich bilden könnten in die schale hinein laufen könnten das heißt alles ist wirklich ziemlich klug gedacht also der herr sagte ich vorher der espresso kaffee voller automaten reparieren kann und überhaupt zu eko der hat einen anderen blick sagen wir so nicht besser nicht schlechter ein anderer blick so das haben wir ausgetauscht wir sind fast fertig wir bauen jetzt die die das ventilio kaffee ventil ich werde euch dann später zeigen was ist seine aufgabe und das würde ich zuerst das tun das tun dass ich finde das immer müssen besonders angenehm wenn alle sagen wir so alle sachen wissen aufgeräumt sind ja so das ist auch genau ok und jetzt machen wir das ventilio fertig das ist ein wichtiger teil ok das wasser wird hier reingepumpt über die pumpe man sieht dass die pumpe da ist kommt hier rein geht hier rein und dann kommt hier wenn das betätigt wird wenn zu bleibt das wasser läuft natürlich zu unserer dampfen dampfkessel man sieht hier dass ein bisschen ein loch hat deswegen werden wir auch die tauschen und genau und jetzt bauen wir das auseinander und ja was ich auch machen würde ist die dichtung hier alle austauschen aber was ich vor allem checken muss bevor zu spät ist wenn ein bisschen pragmatisch das machen das muss weg ist da unten ok werde müssen ein bisschen besonders sache machen das ist nicht video gehören aber so arbeitet in der werkstatt der kessel ist frei man bläst du das ist zu ok denn da haben wir immer ist das wasser bisher und das heißt in dem wir die gruppe sich nach oben bewegt dann geht das ventil ja auch bis hier rein das hat ein bestimmter druck ihr deswegen geht das wasser von ihr vom kessel in die gruppe hinein ja und dann wenn wir fertig sind geht wieder zurück aber ich zeige euch mit ruhe und in bewegung sogar sobald ich fertig bin wir brauchen das hier jetzt ist ein lapper geworden die mit allem so das ist weg ok jetzt das ventil ist fertig wir brauchen die neue dichtungen also das ist auch eine gewohnheit die ich habe was ich auch sehr gerne mache ist da ich mich zum beispiel hochwertige dichtungen also das ist weit und ist ein bisschen auch wertiger als silikon silikon ist gut super gut aber ja also da würde ich sehr gerne etwas anders haben so zu sagen wissen dieses niveau wissen so gerechtfertigen man kann ein bisschen auch sich müssen sagen wir so differenzieren so so jetzt das wird ein bisschen schwierig aber das kriegen wir sowieso in das zusammenschrauben das ganze zu so das ist zu das ist zu das ventil ist fertig und bevor wir das zusammenbauen brauchen wir ein bisschen fett hier das ist auch eine schöne sache und dann machen wir so müssen sowieso jetzt den dampfkessel austauschen das geht zu unserer pumpe das geht so rein und dann wird gebaut so 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 2 2 3 so das ist jetzt der erste teil ist fertig das machen wir noch ein stückchen sauber so das ist jetzt der erste teil ist fertig das machen wir noch ein stückchen sauber weil es gibt eine winzigkeit so das ist fertig fertig das haben wir ausgetauscht jetzt müssen wir das austauschen wie auch den so platzieren muss immer auf den links bleiben die wir haben ausgetauscht diese ausgetauschte teile kommen wir müssen dann später alle da in die tüte hinein für den kunden das ist auch etwas wichtig wir also zumindest ist meine wunsch immer zu zeigen die ersatzteile die ausgetauscht worden sind natürlich wir können nicht die arbeitsstunde zeigen wobei das ist auch eine schöne gelegenheit wir geben immer die alle ersatzteile die ausgetauscht ausgetauscht mit weil ich finde das ist wichtig das ist auch jetzt ist reine spinnerei das hier aber ich finde das gut dass er auch sauber ist zurück wir geben alle ersatzteile mit weil ich finde immer sehr wichtig dass den kunden sieht was bei dem gerät gemacht wurde welche teile überhaupt ausgetauscht worden sind weil man kann auch eine eine sagen wir so auch sich eine idee machen was da gemacht worden ist wieso und überhaupt ob das zu vermeiden ist weil ihr sowas ich finde ich noch besser wobei diese grund rein und grundüberholung ist ja da in dem fall ist war nicht zu vermeiden leider dabei was ich gerade rausnehmen das ist nicht alle leisten können das ist eine loktite silikon ist sehr besonders und das nutzt allerdings aber ehrlicherweise rocket espresso bei einer bestimmten stelle und das ding ist da nur das also zumindest als ich das gekauft habe habe ich für 95 euro gekauft das kleine misst ihr ja also zu entweder haben wir mich wissen so sagen wir so auf dem tisch gezogen aber das ist etwas die aber wenn es von der qualität stimmt ja also da ich muss ganz ehrlich sein das ist schon etwas anders ist eine frage von niveau so sieht gut aus weil wir werden kein wasserverlust haben dann müssen wir nur den kessel hier und die schläuchen austauschen weil ich keine schmutzige sagen nicht das könnte mir aber allerdings schon hier bauen wir müssen das sauber machen okay jetzt bauen wir das ja die diejenigen die sich jetzt fragen mit was ich gespielt habe als kind die waren lego wir werden super arm aber meinen eltern wollen immer dass wir mit lego spielten und daher ich glaube da da kommt diese keine ahnung so man merkt dass ein bisschen so aufwendig ist das ganze so einfach ist aber allerdings nicht ja alles geht in der mitte rechts links aber irgendwie schaffe ich jetzt die schrauben da wenn welche sind die hast du recht so oh gott jetzt werden die leute wirklich erfahren dass ich wirklich reparieren kann genau ja ich finde das wäre eine schöne sache ich würde wirklich dann alle alle mitbewerber einladen so zu zeigen ob sie reparieren können das wäre schön genau oder also wir haben wir haben wirklich ich glaube drei oder vier geschäfte in münchen ja das wäre auch schön glaubst du dass sie werden akzeptieren ja warum nicht man kann immer auf nur da muss ja nicht direkt das oder das ein bisschen den kunden zu zeigen was sie können was nicht ob sie nur einen schreibtisch sitzen leute in und her marschieren nein wir geschäftsführer von ich muss ehrlich sein als ich rocket besucht habe von partage und auch torre ich habe die die beide besitzer in der produktion gesehen die haben auch mitgeholfen das fand ich wirklich eine tolle sache weil man glaubt dass in einem bestimmten moment mal so kein bedarf mehr hat diese verbindung mit der mit der mit der tun die nicht nur geld sagen wir so bringt aber sondern auch ein bisschen und das war für mich etwas die wirklich sehr interessant das finde ich stark also wenn der chef nicht nur einfach im büro sondern auch wirklich mit dabei ist ja ich finde immer eine schuld eine schöne sache das also wieso nicht ja ich will immer noch kontrollieren also da ist normalerweise meine mein techniker gerne und ich und frontline sozusagen ist francesco die ist bei der meldung und ja wir sind ja ein bisschen du kennst das wenn wir sind zu acht glaube ich oder so was in die richtung ich habe die die zahl von mitarbeiter verloren habe ich nicht mein kopf und ja ich muss den stopp sauger und schalten und jetzt bauen wir das mal weg man sieht dass ich wirklich so ich habe immer schwierigkeit gehabt diese kleine anschlüsse nicht wirklich aber ja man muss hier genau das rein tun sonst den motor bekommt keine richtige info mehr und jetzt das mal weg ist dann müssen wir sobald wir sobald wir so weit sind auch sagen wir so die malen stellung auch anstellen das kommt mir das werde wir etwas händen das brauchen wir ok jetzt sind wir wirklich fast fertig zuletzt würde ich aber ein paar winzigkeit machen dass ich so gesagt ein bisschen anders und genauer das muss sauber sein dann würde kein schwein sehen aber ich finde das ja naja irgendwie gehört dazu zur reparatur das ist ein abfluss rohr da wird wirklich keiner schwein darauf achten das zu tauschen aber naja wünschen schon das auch zieht wirklich aus radion perkui das ist zu klein und das ist der richtige so 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 bisschen schöner aussieht da brauchen wir denn 6,2 ich habe das geht fine es ist machen wir ich habe da palavra das ebenso da wo ich Also für manche mache ich mir gerade eben mit der Sache eine unnötige Arbeit, aber ich finde immer wirklich nett und angenehm, wenn alles stimmt und passt. Jetzt tauschen wir die Schläuche hier. Das ist auch eine schöne Sache. Ich habe einige Mitarbeiter eingelernt, die jetzt wieder in Italien sind, aber die hatten irgendwann die Rohre nie ausgetauscht und die Maschine hat nicht funktioniert. Es gibt einen Grund und ja, weil bei Lohmeter man hat wirklich eine Richtung, ja, und man muss immer darauf achten, nicht zu verwechseln, sonst die Turbine versteht gar nichts mehr und kann nicht richtig funktionieren. Ich höre, dass da oben jemand in der Küche arbeitet, oder? Ja, das heißt, wir werden bald eine Pause machen, wir werden essen gehen und dann werden wir weiter gehen, aber ich glaube, jetzt ist wirklich, indem wir mit dem fertig sind, sind wir wirklich fertig. So, das weg, das ist ekelhaft. Wobei, wie viele Jahre haben wir gesagt, Benni? Ja, ich finde, das ist nicht entsprechend appetitlich, aber ganz ehrlich gesagt, ist es wirklich. Nach 18 Jahren ist es auch mal okay. Ich bitte dich, oder? Was meinst du? Also, wirklich eine schöne Sache. Die hat sogar eine Turbine, die damals die Superautomatiker gebaut haben. Viele kennen das Gerät nicht, weil das ist wirklich uralt wie ich, aber ist die erste Kaffee-Vollautomaten, die überhaupt Zappella, der Besitzer von SAEKO, produziert hat. Daher ist es wirklich top. Jetzt müssen wir das auseinandernehmen. Wenn wir das ausgetauscht haben, dann haben wir auch das Problem behoben, dann sind wir fertig. Ist wirklich fertig. Schön. Dann bauen wir das zusammen und dann basta. So, das weg, weg, weg. Oh Gott, was für ein Trick habe ich hier, oder? Unser Francesco gerade kocht für uns. Das heißt, wenn ihr irgendwann hören werdet, jemandem, der schreit, ist Francesco, der uns Bescheid gibt, dass fertig ist. So, Uno. So. Das ist auch eine besondere Sache. Bitte, 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 geh raus. Ne, der will nicht. Ja. Das ist immer, ich zittere immer. Das ist immer eine komische Sache. Dann muss ich mal mit zwei Schlüssel arbeiten. Das weg. So. Das wird am Ende ein richtiges Tutorial-Video, oder? Aber wirklich. Okay. Was machen die Kabel? Das ist die, 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 die versorgen mit dem Strom, das die Eizung hier. Das ist eine Eizung. Und das weg, weg, weg. Und ja, die versorgen die Eizung. Dadurch wird heiß. Und man kann auch natürlich, indem man heiß wird, das Wasser läuft ja durch, wird reingepumpt und werde am Ende Dampf. Und dann können wir natürlich unsere Cappuccino machen. Also am Ende des Liedes ist das die Grunde Sache. Questo war così. Das ist ja auch immer so besonders gewesen. Ich habe das immer geascht, das auseinander zu nehmen, weil ich habe leider große Finger. Und dann muss man wirklich chirurgisch arbeiten. Das funktioniert so. Da haben wir ein Thermostat, die natürlich die Temperatur bestimmt. Und das ist eine Sicherungssystem. Das ist eine, eine, ja, eine Sicherung, ja. Und wenn etwas schief geht, dass zu Eis wird oder dass der Thermostat nicht mehr richtig funktioniert, dann geht die, die Sicherung aus. Beziehungsweise die Versorgung an Strom findet nicht mehr statt. Ja, man muss denken, dass ich als das angefangen habe, erzählen wir ein bisschen die Geschichte. Als ich angefangen habe, einen Hefebollautomaten zu reparieren, habe ich angefangen mit, jetzt werde ich Namen nennen, die kein Mensch mehr kennen, mit Kaffeevollautomaten von G3 Ferrari. G3 Ferrari war ein Unternehmer in Italien, die hat grundsätzlich kleine Haushaltsgeräte produziert. Unter anderem, das war super berühmt wegen einem Bügeleisen. Der hat mit Wasser funktioniert, war bisher schon besonders, weil ich glaube, alle Ausfrauen hatten das. Oder die Leute, die gebügelt haben, müssen nicht unbedingt Ausfrauen sein. Und irgendwann haben die einen Kaffeevollautomaten produziert, die heißt damals Bella. Naja, das war wirklich eine Herausforderung, das Gerät zu reparieren. Da müssen wir ein paar elektrische Sachen umrüsten. Daher werden wir Zeit gebrauchen. Aber inzwischen durch konnte ich theoretisch den Kessel schon an das Ding hier entbringen. Und das werde ich machen. Naja, allerdings habe ich da diese Sache angefangen zu reparieren. Und dann bin ich in unser Geschäft, sagen wir so, gestiegen, um auch Saeco Reparaturen zu unterstützen. Weil damals in Italien waren wirklich Kaffeevollautomaten sehr, sehr angesagt. Daher, viele Leute hatten eine Kaffeevollautomaten zu Hause oder viele hatten zu Hause Lappavoni Geräte. Oder zum Beispiel hatten die Ideasaeco. Die Ideasaeco war wirklich eine kleine Siebträgermaschine aus Kunststoff. Die hat super funktioniert. Aber irgendwie, es war auch, ja, das müssen wir nochmal ändern. Und deswegen habe ich so damals das gelernt, die Kaffeevollautomaten zu reparieren. Das ist nicht so. Ja. Uno. Due. Das hier. Das hier, das hier, das hier. Und jetzt kommen die Isolierungen. So. Das runter, runter, runter. Das passt, passt, passt. Moment der Wahrheit. Oh Gott, ich habe etwas vergessen zu putzen. Das ist eine Winzigkeit, aber trotzdem. Okay, du musst kurz nichts putzen. Genau. So. Ich wiederhole das aber, allerdings für unsere Zuschauer, die Leute, die uns mögen. Leider machen wir wirklich so bei allen Geräten. Das ist nicht, weil wir jetzt aufnehmen. Das ist wirklich, weil wir das bei allen Geräten machen, was wir bei dem Kunden hier gemacht haben. Wir natürlich so eine, eine komplette Überholung brauchen. Und ja, da eher bitte immer im Hinterkopf halten. Reparatur ist nicht gleich. Und der Fall ist ja nicht so, dass wir das bei allen Geräten machen können. Es gibt noch mal grüß. Vielen Dank.